so hoch Moment, einmal so rum und dann wieder gerade dann gehe ich jetzt da hin Moment dann nochmal einen runter dann noch einmal runter halt, falsch rum, so das brauchen wir genau und dann nochmal gerade und dann sind wir doch schon da gut, den Ausgang brauchen wir noch haben wir auch brauchen wir den Weg ja, das ist eigentlich der falsche Weg genau, die Bäume können ein bisschen weg der erste glaube ich, der richtige zum Ausgang natürlich hin so, dann die Warteschlange so wie gewohnt mal ein bisschen bis da vorne hin so, dann können wir kurz mal Testlauf machen brauchen wir glaube ich mehr Wagen vier Stück genau und den Testlauf wie kann man den Testlauf starten? hier gucken wir gerade mal ob das so funktioniert aber eigentlich dürfte es funktionieren ich glaube das geht automatisch sogar fast so, wen es außen interessiert wir haben frühs um halb acht also sehr, sehr früh aber wirklich macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß ich könnte jetzt stundenlang aufnehmen und gucken wie lange ich aufnehme in Wirklichkeit kann man das nicht irgendwie sogar noch erhöhen höher geht das nicht ne, leider nicht aber das ist auf jeden Fall äh, funktionssüchtig gut, dann würde ich sagen gehen wir auf den Bau-Modus raus und dann mache ich das an warum kann ich das nicht aktivieren warum kann ich das nicht aktivieren äh irgendwas ist hier noch verkehrt es hat zwar warum kann ich das nicht aktivieren noch keine Tastergebnisse äh kann mir mal einer erklären warum ich das hier nicht warum ich das hier nicht aktivieren kann was ist das denn jetzt hier geh mal weg hier komm Verbindung habe ich Verbindung habe ich da auch ah jetzt okay ähm Moment da gucken wir kurz mal hier rein weil die Kohle kann ruhig auf 1,50 so dann würde ich sagen lass mal weiterlaufen na lauf na jetzt so dann wollen wir mal gucken vielleicht gehen Leute erst sofort hin wo ich mir da nicht so ganz sicher bin äh dann gehen wir mal kurz hier auf den Finanzstatus okay äh die Kampagnen werden wir noch gleich mal hier starten ne das will ich ja gar nicht alles haben äh hier oben waren die genau so traktionsnationale Zeitung und dann nehmen wir Monster Trucks genau 6 Wochen und dann Schulzeitung äh nochmal Hähnchen auch 6 Wochen und dann Magazin für Eltern halt Magazin für Eltern äh aufflieger machen wir Purzel so Feuer okay so dann gucken wir da gerade mal die Achterbahn ist glaube ich mittlerweile sogar wieder ein bisschen mehr besetzt das mal ein bisschen schneller laufen ja das Hähnchen ausgefallen ist es ja nicht so dramatisch das geht auch schon wieder das repariert sich dann schon jo bin ich gerade am belegen ob das hier mit dem mit dem er an sich überhaupt Sinn macht aber ich lasse ihn einfach mal laufen jo ist in Ordnung jo unser Park ist eigentlich vom Daumen das sieht ganz gut aus gucken wir gerade mal nach dem Marktwert wir müssen dann eine bestimmte Höhe erreichen 60.000 ungefähr für Bürger 1 ist Kammelscheiniger in der Nähe ja das ist mir doch egal ist immer noch kaputt die sollten mehr Mechaniker einbauen dann wurde er repariert ja ich kann nicht so viel Mechaniker sondern eine Notabschaltung ja ist noch in Ordnung so das Teil funktionierte so wie es aussieht und die Leute äh kommen natürlich auch bei ist auch klar immer 2 Euro draus aus dem Weg was für ein Stress ok ja das sind aber glaube ich wurde von einer Möwe angegriffen ja ne ist klar aus dem Weg die Schlange für Monster Trucks 01 ist lächerlich ich kann es kaum erwarten ja ne ist klar tja da kann ich ihr leider nicht helfen ich würde das sagen ich mach kurz nochmal Pause und mach mal mehr Monster Trucks da rein was an sich ja nicht so schwierig ist Baumodus und dann mach ich immer mehr Trucks da hin das hier auch weg dann geh ich hier dran und dann das war jetzt gar nicht meine Absicht das hier hinten hin zu machen ok dann nochmal das weg und dann machen wir hier so ein Teil hin und dann ja das ist natürlich jetzt echt doof wie kann ich denn jetzt hier das äh Bau öffnen und schließen Details äh Moment da muss ich mal selber rauskriegen wie das hier geht ändern genau äh genau hier muss das hin so jetzt passt das wieder grün und Feuer was ich jetzt noch vergessen habe waren mehr Trucks so jetzt dürfte alle oh man was ist denn das hier schon wieder jetzt dürfte alle fahren es sind noch mehr Trucks da umso besser weil dann können mich mehr Leute auf einmal fahren ok da wurde es repariert das kann eigentlich hier unten wieder weg wie sieht es aus mit unserer Achterbahn naja die Bewertung wo kann man denn die Bewertung sehen Diagramme ich will eigentlich gar nicht die Diagramme sehen ich will eigentlich hier mal äh die Bewertung sehen wo kann man denn die Bewertung sehen stimmt der Preis ok ja gut stimmt der Preis ist ja auch nicht so teuer von daher naja ja immer rein da immer rein da es sind definitiv jetzt genug Trucks da von daher kein Thema bezahle nicht so viel für Karussell 101 ok die Karusselle scheinen wo zu teuer zu sein gehen wir jetzt gerade mal hier in die Karusselle rein und gucken mal nach dem Preis machen wir alles mal ein kleines bisschen billiger ist vielleicht besser so das ganze hier besser funktioniert müssen mehr Leute ankommen und so weiter so 1,20 schon gestellt dann muss ich wieder ein bisschen teurer machen weil der Gesamtgewinn ist nicht so gut ok der schmeißt Gewinn ab die Badeschlange ist eigentlich viel zu kurz die verlängere ich jetzt nochmal dann kann ich ihn noch mehr verlängern eigentlich schon so noch besser umso länger die Warteschlange ist umso besser können halt mehr Leute da rein so die Wege mache ich hier weg weil Blödsinn ja mit den Bägen da muss man sich auch aufpassen dass die eigentlich ja eigentlich passen weil sonst kommen die Leute dann nicht richtig so dann kommen wir oben mal ja das scheint doch ganz gut besucht zu sein und die Leute kommen immer das ist wichtig ja ich würde auch gleich sagen ich mache auch gleich Aufnahmestopp sobald ich die erste Kampagne durch habe die sollte ich eigentlich bald geschafft haben wenn nicht dann muss ich halt mal ja ein paar Sachen dran ändern was ist hier nicht los mit meiner Maus da äh das weg weil da hängt irgendwas rum ich weiß auch nicht was ich da gemacht habe mal gucken hier ob das vielleicht so teuer ist okay aber machen wir ein bisschen tiefer gehen wir auf 2,50 so ich muss halt immer ein bisschen aufpassen dass ich hier nicht so viel äh an Kohle äh verlange wo die Warteschlange ist schon ein bisschen heftig ich mache die gerade mal ein bisschen kürzer das so ich habe jetzt mal ein bisschen kürzer gemacht da ist vielleicht ein bisschen besser weil die war vielleicht doch ein bisschen zu lang mal gucken obwohl in der Regel das eigentlich egal ist aber ich mache es doch mal ein bisschen kürzer vielleicht ein bisschen heavy für die Leute dann kommen die vielleicht auch nicht so nicht so viele deswegen war auch nicht so viel los ja komm gleich auf 1,80 obwohl ich spiele im Moment ja nicht so viel ein das ist das Problem ja mal 2 Euro so gucken wir nochmal nach den Marktwerk Wert ja wir sind noch nicht so ganz bei 60.000 müssen wir glaube ich 60.000 erreichen ja wir müssen 60.000 erreichen dann müssen wir mal gucken dass wir das schaffen ich weiß ja gar nicht warum hier keine Mucke kommt das ist mir ich finde das ein bisschen merkwürdig ne das will ich gar nicht haben ja ich will eigentlich äh Terrain wo kann man ihn nochmal einstellen ach hier war glaube ich die Einstellung genau man hört nix ich kann so laut stellen wie ich will es kommt einfach nix hm ok ja außen mir steht 800x600 stimmt aber nicht ich habe auf 1120x1080p eingestellt also stimmt das auf keinen Fall man kann das eigentlich vom Spieler selber nicht einstellen oder kann man schon ich weiß nicht wie aber ich habe es zumindest nicht gefunden äh deswegen habe ich mir das kann einfach mal gemacht ich habe die Optik äh also die die Optionsdatei geöffnet und habe einfach das so eingetragen und es geht kein Problem ja irgendwie wollen die Leute es mit dem Ding nicht mehr mitfahren na ist egal lass auf 2 Euro stehen das passt schon so wie sieht es aus hier oben hm irgendwie merkwürdig naja komm stellen wir mal die die Preise etwas runter oh mein Gott gehen wir nicht auf den Sack hier ja die ganze Sache die ganze Sache werden jetzt hier nicht allzu gut besucht das geht aber eigentlich soll ich hier vielleicht noch mal ein bisschen soll ich mir das hier anwählen ich kürze es hier mal ein bisschen die Warteschlange vielleicht hilft das wenn ich mir da nicht so ganz sicher bin dass irgendwas hilft hier ist irgendwie auch zu wenig los ich weiß auch nicht ach so okay der Monster Tractus hat gerade eine Notstellung ab äh gehabt 85 und dann machen wir mal den Wartezyklus mal ein bisschen kürzer weil wir wurden natürlich gerade sehr viel belastet von daher äh kann doch schon gut möglich sein ich würde sagen wir fahren wo war das jetzt schon wieder hier oh man jedes Mal die Sucherei hier war das glaube ich genau so dann fahren wir mal mit und dann gucken wir mal da kann ich mir heute nämlich gerade für eine Runde äh was trinken oh das glaube ich sehr laut gerade äh das war eine sehr sehr kurze Fahrt das muss ich schon ehrlich sagen eine ganz schön kurze Fahrt aber gut ich hab hier auch hier auf äh sehr schnell eingestellt komisch weiß hab ich aber keine Mucke gehört das ist mir ein bisschen das ist ein bisschen merkwürdig naja ist natürlich eine Kinderachterbahn das ist klar ich glaube ihr habt mich jetzt verstanden aber da versteht mich weil das ist äh gerade sehr laut ja die Ketten hätte ich ja gar nicht gebraucht sehe ich gerade aber ist schon ganz gut so das oh man was ist denn das äh dass das so ist na ich finde es gar nicht schlecht kann man nur mit der mit der Maus nur bewegen das ist äh in Ordnung ich weiß nicht reichen mir noch den Marktwert oder muss ich vorher Schluss machen weil äh mein Blatt ist auch bald voll wir haben auf jeden Fall noch keine 60.000 erreicht das ist halt schwierig äh gucken wir mal ob wir ein bisschen Geld zurückzahlen können ja ich glaube dann steigt auch der Marktwert Enderbrowser 1 ja ich kann es nicht ändern äh ich werde bestimmt noch mehr Mechaniker äh einstellen ganz sicher nicht so Monster Truck ist ja noch relativ gut besucht was will Erde hier drin zeigt mir leider nicht an naja kann ich aber nicht ändern und dann mal eben ich muss vielleicht mal kurz hier zwei weniger machen ich glaube es sind mich zu viele weil dann können die nämlich nicht aussteigen wenn jetzt zwei kommen sollte es eigentlich passen ja passt okay so ansonsten müsste ich vielleicht noch irgendwas bauen damit es noch ein bisschen größer wird ich hab ja im Moment naja vom Geld her es geht aber es wird immer mehr Plus als Minus und das ist schon mal sehr schön guck mal da gerade mal forschen will ich jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt äh was haben wir denn noch schönes gut da könnte ich noch einen bauen mache ich jetzt auch aber ich hab mal im Moment leider nicht genug Geld 491 brauchen wir gerade in Berlin bin ob ich den Scooter hier hinbaue oder ob ich den woanders hinbaue weil hier hätte ich auch noch Platz würde ich sagen baue ich ihn da wirklich hier hin ja muss ich noch ein bisschen warten wieder mal ansonsten mache ich das anders da und tun wir nochmal tausender Darlehen und dann machen wir nochmal das Gute dahin also sobald wir natürlich die Höhe erreicht haben dann äh hier verblöd was hab ich hier verblödsinn gemacht ah ja ok aber das Problem ist jetzt nur dass ich hier das hier nochmal weg mache weil mir das gar nicht gefällt und dann kommt hier nochmal nochmal ins Gute hin den muss ich dann nur mal richtig drehen ja der lässt sich nur nicht so drehen wie ich das gerne hätte egal so einmal da und einmal die Warteschlange hin und dann nein hey geh weg jetzt da ja das ist echt ein bisschen merkwürdig manchmal wie sich das verhält so machst du mal auf grün machen wir 1 20 und ähm was wollte ich noch was wollte ich noch genau Wartezügel ist auf 20 Minuten ja eröffnet ist es und ja alles gut dann kann es ja losgehen nur die Achterbahn ist relativ gut besucht also es geht eigentlich so das Darlehen könnt ihr ja gleich wieder zurückbezahlen das eine was muss ich ja noch hier erreichen ach ich hab schon ne ich hab's noch nicht geschafft Besuch am Park 600 und äh Mindestverkehrswert 100.000 ok das heißt ich muss noch mehr bauen das heißt für mich ich werde hier noch irgendwas dazu bauen das lasse ich noch mal hier stehen ich könnte hier noch was bauen das werde ich jetzt upsala das werde ich jetzt auch gleich tun hier muss halt wie gesagt nur mein Speicher passen weil mein Speicher ist auch bald voll ich hoffe das schaffe ich noch äh ach verdammt äh nein verdammt das will ich doch gar nicht ich hab's gerade irgendwie das wäre f die die Vielen Dank.